Die Natur befindet sich kontinuierlich im Wandel. In der Landwirtschaft und im Gartenbau erfordert dies stetige Anpassung. Ebenso verlangen gesellschaftliche Anliegen und technische Innovationen von Betriebsleitern, sich immer wieder zu verändern, um die Lebensgrundlage ihres Betriebes zu erhalten. Diesen Weg begleiten wir, der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, als ein unabhängiger und neutraler Partner. Wir sind eine nachgelagerte Behörde des hessischen Umweltministeriums und hessenweit vor Ort vertreten. Wir beraten landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe und bieten Bildungsangebote und Fachinformationen für die Landwirtschaft und den Gartenbau an. Unsere Beratungsteams erarbeiten mit den Kunden individuelle Betriebslösungen. Mit unserer Beratung unterstützen wir die hessischen Betriebe, insbesondere beim Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit, bei der Qualität von Lebensmitteln und beim Ressourcenschutz. Von der Ausbildung bis hin zu zahlreichen Fortbildungsangeboten begleitet der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen Menschen, die sich für die grünen Berufe entschieden haben. Zu unseren Aufgabenfeldern gehört die überbetriebliche Ausbildung sowie die Organisation der landwirtschaftlichen Fachschulen. Wir bieten zum Beispiel auch Seminare und Fortbildungen für Reit- und Fahrinteressierte oder für Freizeitgärtner an. Mit Bildungs- und Moderationsangeboten unterstützen wir zudem die Bevölkerung und Akteure im ländlichen Raum. Unsere Fachinformationen bieten eine unabhängige und neutrale Informationsquelle und transportieren neues Wissen aus der Forschung in die Praxis. In eigenen Versuchen wird neues Wissen auf seine Praxistauglichkeit geprüft und Empfehlungen ausgesprochen. Unser Bieneninstitut forscht zu allen wichtigen Themen rund um die Bienenhaltung und hat internationale Bedeutung. Außerdem engagieren wir uns für nachhaltige Rohstoffnutzung, zum Beispiel bei der Energiegewinnung und im Gebäudebau. Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen trägt mit seiner Arbeit dazu bei, dass hessische Betriebe zukünftige Herausforderungen meistern und nachhaltig wirtschaften können. Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen trägt mit seiner Arbeit dazu bei, dass hessische Betriebe zukünftige Betriebe zukünftige Betriebe zukünftige Betriebe zukünftige Betriebe.